So, Tag, sechs, sieben, acht, acht, Donnerstag, Folge, Woche, ja, Tag, Sparbach. Yvonne ist auch da. Ist ihr erster Arbeits-Einserzieher. Das stimmt ja gar nicht. Oh Mann. Unser Plan heute ist es, wie soll das anders sein, Hofunkraut, aber diesmal nur mehr den Dreck wegputzen. Ich werde ganz viele Muffins backen. Ja, morgen, morgen, die Dorfgemeinschaft hier zur Begrüßung, also wir begrüßen Sie. Spannend, ob Sie uns begrüßen. Ich hoffe es mal. Ich denke schon. Wir sind nett. Du. Ich tue nur so, als ob ich nett wäre. Tja, Bus ist wieder mal voll, den werde ich jetzt ausräumen. Dann fangen wir nach Zwettl, um Zwettler zu holen. Weil, wer nämlich gehört, hier dürfen wir keine Schämser kaufen. Man merkt übrigens, dass man im Waldviertel ist, weil man im Juli in der großen Hitzewelle, wo in Wien alle nur noch in ihrem eigenen Schweiß schwimmen, in der Früh aufwacht und die lange Hose anzieht, weil einem kalt ist. Oder weil sie ein weicher ist. Ich glaube, ich muss meine Waldviertler-Gene aktivieren oder so, wenn ich welche habe. Du hast Jugo-Gene, keine Waldviertler-Gene. Boah, das musst du rausschneiden. Das geht nie. Nein, das bleibt drinnen. Dass mein Papa sieht, bist du arg. Ja, ich will schon. Ja, ich will schon. Ja, ich will schon. Ja, ich will schon. Ich will schon. Ja. Gut. Vielleicht werde ich es schaffen, dass ich heute wieder ein bisschen mitdrehe. Aber ich glaube es fast nicht. Wir haben auch noch viel zu viel zu tun. Aber ihr kriegt am Abend dann ein Update. In diesem Sinne, schauen wir mal, dann wissen wir wieder. Bis später. Verlangt Coleman fürHis